Jo, hallo und herzlich willkommen zurück, endlich mal wieder zu einer weiteren Folge von Dark Souls 3 NG+. Ich habe jetzt ein paar Tage, so schon nicht aufgenommen, eine Woche circa. Ich habe nur WoW-Folgen, die ich vorgefertigt hatte, hochgeladen. Und dann habe ich endlich mal wieder Zeit, bestimmt zu zocken. Und dachte mir, machen wir jetzt erstmal weiter mit der nächsten Dark Souls Folge. Ja, ich möchte jetzt natürlich auch wissen, wie es hier weitergeht. Ich weiß nicht, wo gehe ich jetzt erstes lang? Das ist ja nur letztlich, also wäre ja nicht ganz so weit her, wenn ich nicht so eine lange Pause dazwischen gehabt hätte. Irgendwie war ja hier was. Hier war zum Beispiel ja irgendwie, guck mal, genau, hier kommt man ja hoch. Kann ich das ziehen? Am Hebel ziehen? Ach ja, okay, mir geht es, wenn ich da bin. So, ja, du kannst mich mal. Jetzt haben wir die Seele und jetzt laufen wir hoch. Was läuft denn da so? Wo will er denn hin? Egal, wir ziehen jetzt hier durch. Wurz. Rolle. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Wow. Wow. Fuck. Okay, okay. Oh. Ihr Spastis. Einer war klar, dass der mich erwischt. Aber ich musste sie wegkriegen vom Eingang. So. Dann haben wir hier. Äh. Ich muss sie wegkriegen vom Eingang. Oh, hallo. Hier ist ein Weg. Scheiße. Aber hier schon. Verdammte Kacke. Leck mich doch. Verrecke. Verrecke. Mann. Du sollst doch wegrollen, du scheiß Kerl. Meine Fresse, weißt du? Reagiert die Steuerung wieder geil. Mann hat das Spaß gemacht hier. Fick dich. Geh mir schon wieder auf den Sack. Oh. Oh, nee ey. Jetzt hab ich die nächsten geedit da oder was? Scheiße. Come. Super. Mann, Mann, Leute. Wenn Scheiße damit schwungen. Aber ich bin schon zu lange raus auch. Das kommt auch noch dazu. Da hat man hier ein bisschen zu kämpfen. War das jetzt eine oder nicht? Okay, war keine. Was haben wir drinne? Kapuze des Gebets. Ah, jo. Das war ja die. Ähm. Jetzt gehen wir aber erstmal... Gehen wir zurück. Warte mal. Was machen wir denn jetzt? Oder... Ich kann ja theoretisch hier weiterlaufen und mir den nächsten gleich schon holen. Hier war ja irgendwas, ne? Nicht? Hä? Hä? War doch irgendwo was. Aber wo? Wo wär ich bloß? Soll ich versuchen durchzulaufen? Warte mal. Erstmal hole ich mir auf jeden Fall den hier. Ich bin ja auch blöd. Hier muss ich ja nicht dran rasten. Sondern erstmal einfach nur aufmachen. So geht's schon mal los. Das kommt davon, wenn du hier gleich von Anfang an gestört wirst. Ja, du bist komplett rauf aus dem Konzept. Nicht, dass ich eins gehabt hätte, aber noch weiter weg gewesen als sonst. Was war denn hier? War ja auch nichts Dolles, ne? Hier komm ich da runter, dann da. Ey, was soll denn das hier? Was kann man denn hier... Ich könnte von hier hier runter springen. Das bringt was? Gar nichts. Weil dann bin ich nämlich da, wo ich am Anfang war. Ja, super. Dann schenke ich dem auch keine weitere Bedeutung. Und werde jetzt mal hier oben langtigern. Zu den beiden Drachen-Heinis. Wenn ich denn da einigermaßen hinkomme. Ich laufe erstmal durch. Scheiß auf alles, was hier liegt. Naja. Oh! Huch! Schnell trinken. Und da haben wir es doch schon. Ist ja eigentlich gar nicht immer so weit, wenn man eigentlich erstmal kämpfen würde. So, zack. Haben wir wenigstens schon mal die nächsten. Blut noch mitnehmen. Feuer entfachen. Schön. So. So. Jetzt kommen die Drachen. Warte, dann komme ich da schnell durch. Ah! Alter, auf! Lass ihn hin. Lass ihn hin. Wuhu! Bitch. Saubär. Jetzt müssen wir ihn noch hier ein bisschen töten. Hier war doch irgendwo was, ne? Ach, boah! Oh Gott! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Hey! 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 Oh! Zwei Bekloppte! Oh Scheiße! Jetzt aber! Meine Fresse, ey! Ohne Visier, äh, anvisieren ist das nun ziemlich happig teilweise. Hurra! Punch, Alter! Ähm, da hinten ist jetzt auch noch was. Oh, was war das? Oh, tolle Kiefernarm. Schnell! Das ist ja so ein Typ, der, glaub ich, rumgehört hat. Ah! Die scheißschnellen Assassinen. Die sind richtig krass. Wenn die erstmal losstiefeln, dann hast du verloren. Dann hast du so viel... Ach du Scheiße! Oh, komm her! Mir fällt da grad was ein. Kommt da nicht gleich, unser Freund, die Drachenrüstung. Scheiße! Dann machen wir da erstmal auf. Danach töten wir den Drachen. Hab ich genug Brandbomben diesmal mit? Boah! Um und bei. Golde klappen. So, noch ein paar Schwarzfeuerbomben, oder wie die Dinger heißen. Falls ich die habe. Ja, zehn Stück noch. Dann machen wir den Easy-Going-Mode. Okay. Klatsch! So, mal gucken was hier draußen war. Ich weiß es nicht mehr. Ob ich das jetzt noch einen Hinterhalt hier irgendwie bekommen, aber... Ah ne, können wir das alle jetzt einsammeln? Genau. Titanitbrocken! Davon... Ach, den hole ich mir noch nicht. Davon bräuchte ich... Oh Gott. Äh, wie war das jetzt, wenn ich die jetzt angreife? Okay, da ist auch noch was. So, dann lege ich den Typen um. Kann ich nicht anvisieren. Ist der Asi, ey. Aha, jetzt nicht. Nein! Oh, da bin ich scheiße. Da bin ich falschen. Okay. Oh, die haben das noch. Oh! Toi! Toi! Nur noch davon auf der Bank. Ist der Easy Mode, aber dann soll ich mich da auf dem kleinen Stückchen mit dem Penal hier rumboxen. Wenn man da so will. Tschüssi! Und wechseln die Drachen. Damit haben wir jetzt Ruhe. Oh, er hat etwas gedroppt. Was denn? Eine große Titanin-Scherbe. Das ist aber toll. Oh, guck mal. Der Arme da drüben, ey. Keiner hat einen abgeholt zum Spielen. Wie man sagt, dass das hier schon vorbei ist. Leg ich mal schnell um, ne? Ups! Hoppala! Gut. Ähm. Ja, runter. Ich hab' da. Sammle ich mal alles ein, was im Vorhof ist. Und dann... Was mach' ich denn dann? Soll ich dann... Soll ich dann die Rüstung probieren? Das wird doch wieder nix, ey. Das ist doch hier wieder Tourette mit Ansage, du. Blitzruhen, ne? Okay. Ja, an den gestiefelten Kadern laufe ich gleich so vorbei. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal wieder... Uah! 59.000 Punkte, wir brauchen nochmal zum Level ab. Ach, herrje. Ich hab' ja noch ein paar Sachen. So ein paar Seelschen hier und da. Guck, was kriegen wir denn da zusammen? Na, so wird das nix. Das könnte ich zwar off-screen machen, aber dann müsste ich jetzt die Folge bänden. Das wäre ja Schwachsinn. Und dann wieder anzufangen... Ah, guck mal, hat sich schon mehr gelohnt. Deswegen werde ich jetzt erstmal schnell hier kurz zusammendingsen. Vielleicht eventuell, wenn's sein muss, gleich noch farmen. Und dann... Okay, 13.000 noch. Dann haben wir wieder ein bisschen viel gleich. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich hätte mal... Ich mach mal den gleichen Pferd. Von hinten anfangen ist noch besser. Hm. Boah, 25.000, ey. Gut, vielleicht kann ich noch irgendwas, äh... mit meinen Titanitbrocken jetzt einstellen. Also von daher... Äh, stopp. Wir killen jetzt mal die anderen Typen hier vorne noch gleich schnell. Wir killen jetzt mal die anderen Typen hier vorne noch gleich schnell. Und dann würde ich mal die aussehen... ну... fühlen wir die Gria. Okay, ja. Ich bin ja auch so hann. Okay, ne, das finde ich ja schon. So. Dann tun wir die Großlanze. Die haben wir ja auch schon. Einmal... ach, ne. Resetten wollte ich grad sagen. Schwachsinn. 143.000? Scheiße, hätte ich den wahrscheinlich nur getötet, dann wäre es besser gewesen. Ach, die ganzen optionalen Bosse lasse ich mir erstmal außen vor, die kann man immer noch machen. Ich werde mich jetzt erstmal an den großen, an die große Drachentöterrüstung wenden. Äh, wann? Ne? Weißt du schon. Wir gucken mal, ob ich den kleinen Spar so Macken gekillt bekomme. Ich kann ihn nicht leihen. Wenn ich jetzt schon an ihn denke, kriege ich Kopfschmerzen und... Willkommen nach Hause, Aschens. Sehr gut, dass du... Geht der Schaden nicht hoch, da würde der hochgehen, aber... Tja, macht mehr als 50 Stärke zur Zeit überhaupt Sinn? Oder generell? Hätte ich in einem Punkt da vielleicht mal draußen lassen oder mich reinpacken sollen? Hier geht auch nichts mehr weiter an der Ausdauer? Das ist doch scheiße. So, dann gucken wir mal hier, was ist das? Das sind zwölf Punkte mehr? Ah, das muss ich gar nicht gucken. Das kann die zwölf Punkte auch nicht gucken. Ja, entweder Belastbarkeit oder Vitalität oder Geschicklichkeit. Das ist jetzt die Frage. Wie gesagt... Wenn du den Zähl auf aufpassen willst? Wir gucken mal, was wir genau hier haben. Wie braucht's denn das? Das ist nicht so. Ja, das ist natürlich ... Ich denke, ich gebe die Zwölfte. Jetzt besser zu kennen den Zähl. Sie haben schon mal ein Kuchen. was wollte ich denn verstärken und womit das hier acht fuckel titanit braucht noch fünf stück irgendwas mit den titanitbrocken war doch da aber was war denn das hier habe ich noch drachenzahn da brauche ich die dann die schuppen um den hochzuballern aber wir sollen das ding tragen 21 jetzt maux großhammer 24 aber scheiße wir wollen jetzt nicht damit zu viel zeit verbringen hier genau die stadt schlachter messer ja aber ist es jetzt besser als ich habe oder nicht ich meine es liegt nur 7 das ist schon mal nicht schlecht aber es hat nicht gut ich könnte es doch könnte ich es noch verdienen bestimmt ne ich werde das mal hier rein scale da brauche ich jetzt natürlich vier gucken ob es beim durchwirken auftaucht da siehst du kann das schlachter oder übersehe ich es gerade man kann es nicht durchwirken rauch kann man auch nicht durchwirken wie das schwert heißt rauchultra großschwerte da brauche ich fünf funkel titanit alter falter aber hier stärke 50 und attributsbonus a ist ja schon mal geil gottloses großschwert wo man das noch mal her das brauche ich dafür titanit schuppen kathedralenritter großschwert muss die punkte irgendwie loswerden warum nicht so so jetzt haben wir noch 16.000 hahaha ne die titanit rocken war ich mir auf funkel titanit mache ich auch nichts alles was kleine titanit truppen hat wird jetzt abgegradet ich habe hier tausend stück davon ich habe hier tausend stück davon ich habe hier tausend stück davon mal gucken wo der hingeht titanit rocken 187 und 142 schon eigentlich nicht verkehrt hier ist das ding da brauche ich auch funkel titanit mache ich nicht titanit scholle kleine titanit gott hat doppelt schwert oh große titanit schon ja so toll ist das nicht wie gesagt ich mache es eigentlich nur um das geld los zu werden geld fallen ja gut in dem fall ist es jetzt gerade geld um zu gucken ist auch ein kleiner nebeneffekt wie denn die schritte inwiefern die schritte sind in dem er jetzt hochprischt hast du nicht machen das habe ich da schon ja man kann ja sehen lohnt sich ja weil er macht ja ganz schöne schritte das kann ein gutes schwert werden etc bla bla gemälehüter abgründiges gemäle ach habe ich schon mal söldner doppel rapier so pleite pleite gehe ich am liebsten in die kämpfe hahaha äh muss das sein aber gut 18 minuten jetzt schon wieder ich glaube wir haben jetzt hier 4-5 minuten verballert ist schon wieder scheiße aber was soll es gehört dazu ja gehört einfach dazu ich hätte auch hier 2 minuten folgen rausbringen können ja wo man immer nur den bosskampf an sich gut hätte ich auch machen können dann will ich einen anderen scheiß sehen dann kann man sich andere let's plays angucken oder mein vorheriges let's play was bringt NG plus Let's2 let's play überhaupt eigentlich nichts es ändert sich ja nichts es äh äh man könnte das eigentlich ich glaube das wäre auch jetzt wenn ich den NG plus einmal durchzocke es hat keinen sinn danach weiter zu machen das Dark Souls Let's Play was ich vielleicht dann machen könnte wenn ich denn die Zeit finde neben ich wollte jetzt zumindest noch ein anderes Projekt anfangen ein kleines Zwischenprojekt aber danach noch ein größeres anderes angehen und ähm neben WoW und das WoW braucht ja auch schon ziemlich viel ähm da muss ich dann mal irgendwie langsam wirkt mich auf einmal so langsam ähm da werde ich das Offscreen weiterspielen wenn ich die Zeit dazu finde wie gesagt und habe dann dann ähm die Möglichkeit immerhin entweder später PvP zu zeigen oder aber auch ähm ja wenn da wirklich jetzt äh äh keine Ahnung irgendwie geil krasse Bosse oder so scheiße da sind am Start zum Beispiel ich zeig euch mal hier den Blitzpücken auf Level so und so ja das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit jetzt hat der mir einer reingeballert super so kann ich im Kampf gehen weißt du scheiße jetzt geh jetzt mal hier lang was die anderen Typen loswerden aber ich glaub der kommt schon gar nicht mehr mit ne hm oh ja dich nehm ich mit Digga ich wollte hier eigentlich hoch und äh 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 was ist das denn was ist das warum ist da Nebel wo geht's denn da jetzt hin bitte hab ich mich erschrocken er muss ja hier Kopf durch die Wand den nehm ich mit zur Ritterrüstung gegen Knirch ha 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 ja dann nehme ich das hier noch mit roter Tränensteinring aber der war doch eigentlich auch gar nicht verkehrt ne wo hab ich ihn da verstecktangriffe bei Ringen Gering TP ja achja guck mal die Ringe musst du ja auch mal wieder austauschen beziehungsweise äh verkaufen ne so so Egon von der Vogelweide wieso hab ich den eigentlich immer die müsste ich eigentlich nach dem nachdem ich ihn besiegt habe schnell ansetzen ähm was nehme ich denn dafür jetzt Stärke ist der Stärkering da ja oder lieber die Geschicklichkeit wo mache ich jetzt mehr Schaden das muss ich mal gucken mit Geschicklichkeit 527 mit Stärke 518 siehste das heißt Geschicklichkeit Baller ich ihn erstmal Pan die Fresse jetzt so Egon von Karim komm mit Leute toi 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 ich hasse ihn ja wir haben einen anderen letzten Mal gesehen hat gegen den da war Toretto 3 schön dass es auch kommt wow scheiße oh fuck ich trinke mal lieber schnell was oh fuck ich trinke mal lieber schnell was und dann weg ah man kann sagen er macht ja irgendwas da ups gepennt da dann ko der schaust Alter, was ist denn das bitte denn? Trinkwasser! Jawoll, first try, fuck you! Danke, Eban von Karim! Stopp! Ah, 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 ah! Haben Sie noch? Haben Sie recht, seit ich gemacht, ne? Woah! Geht, Leute, was ist los, Alter? Da geht die Folge jetzt so lange für vier Minuten Kampf. Ich hab's, ey! First try, die Drachenrüstung! Ich bin so happy. Leute, sauber, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es hat sich gelohnt, wie ihr gesehen habt. Und beim nächsten Mal, hoffentlich, geht's dann natürlich genauso erfolgreich weiter. Jetzt kommt erstmal hier hinten dieser Kackladen gleich, ähm, die, ähm, wie heißt der Scheiß nochmal? Das Archiv, das große Archiv. Ja, und, ähm, zeigt euren Freunden das Video, ja? Das würde mich sehr freuen. Ähm, Daumen da, Daumen nach oben dalassen, Kommentar schreiben, abonnieren, das wär saugeil. Dann verpasst ihr die nächste Folge auf jeden Fall nicht, wenn's dann weitergeht. Bis dahin, haut rein! Ich wünsch euch was! Au revoir! ... ... ...